Hallo und herzlich willkommen auf eine neue Folge von Wolle und Handarbeit. In dieser Folge möchte ich euch diese wunderschöne Muster zeigen. Es ist eine sehr leichte Muster auf zwei Reihen, die sich immer wiederholen. Die Muster geht auf 5 plus 2. Also zum zeigen werde ich euch eine Muster aus für so ein Muster. Also werden wir jetzt 22 Luftmaschinen anschlagen. So, ich habe jetzt 22 Luftmaschen. Dann, ich halte hier fest, arbeite noch drei Luftmaschen das gilt als erstes Stäbchen. Und von hier weg 1, 2. In dieser dritten Masche arbeite ich eine Gruppe aus fünf Stäbchen. So, jetzt zähle ich auf diese Luftmaschenkette 1, 2, 3, 4. In dieser fünften Masche arbeite ich So, jetzt zähle ich auf diese Luftmaschenkette 1, 2, 3, 4. In dieser fünften Masche arbeite ich wieder eine Gruppe aus fünf Stäbchen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Wieder eine Gruppe aus fünf Stäbchen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und hier in dieser letzte Stäbchen, den dritten Stäbchen, 1, 2, 3, arbeite ich jetzt ein Stäbchen. Das ist die, den Randstäbchen halt. So, das war jetzt unsere erste Reihe. So sieht jetzt aus. Jetzt muss ich eine Luftmasche arbeiten, meine Arbeit wenden. Hier arbeite ich eine feste Masche. Und dann brauche ich fünf Luftmaschen. Und eine feste Masche zwischen dieser Stäbchengruppen. So, hier arbeite ich jetzt eine feste Masche. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Hier zwischen dieser Gruppen arbeite ich jetzt wieder eine feste Masche. So, wieder 1, 2, 3, 4, 5. Zwischen dieser zwei Gruppen jetzt eine feste Masche. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt hier in dieser 3 zum Steigen, arbeite ich jetzt eine feste Masche. Und das ist jetzt die Muster, dieser Ruckreihe halt. Jetzt drei Luftmaschen zum Steigen, gilt als erste Stäbchen. Ich drehe um und ich arbeite hier, 1, 2, 3, in dieser dritte Luftmasche muss ich eine stechen. Und hier arbeiten wir die Gruppe aus fünf Stäbchen. So, jetzt überspringen wir auf dem nächsten Bogen, wieder in diese mittlere Masche, in die dritte halt, arbeiten wir wieder fünf Stäbchen. und das ist alles, es ist sehr leicht, in einer Reihe arbeiten wir nur Stäbchen, immer fünf Stäbchen, in eine Masche und in der nächsten Reihe arbeiten wir fünf Luftmaschen und eine feste Masche. Ich tue mal die grüne Muster oder mein Werk halt weg. Und dann hier wieder, in der mittlere, eine Gruppe aus fünf Stäbchen. Und dann hier wieder, in der mittlere, eine Gruppe aus fünf Stäbchen. Und hier, bei dieser festen Masche, arbeite ich jetzt ein Stäbchen. Und das war jetzt, das ist jetzt unser Muster. Also, ich finde es sehr leicht und es geht auch relativ schnell. je nachdem, was man machen will oder wie groß das Teil ist. Also wieder eine Luftmasche, umdrehen und hier bei dem Stäbchen eine feste Masche. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen. Zwischen diese Gruppen arbeitet man eine feste Masche. Dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen. Und wieder zwischen die Gruppen arbeitet man eine feste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen. Und hier, bei dieser drei zum Steigen, arbeiten wir eine feste Masche. Wieder drei Luftmaschen zum Steigen. Arbeit umdrehen. Und hier, in dieser mittlere, das ist der dritte Luftmasche, hier arbeiten wir eine Gruppe aus fünf Stäbchen. Wir springen jetzt auf die nächste, auf dem nächsten Bogen oder auf die nächste Luftmaschenkette. In dieser dritte, in der mittlere, in dieser dritte, arbeitest du eine Gruppe aus fünf Stäbchen. So, das war jetzt die Muster. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn du willst, was ich daraus zaubere, aus diesem Muster oder mit diesem Muster, dann folge meinen Kanal. Okay. 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 Benlasse. So. 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 And this will change the heat. Then you gonFast noch. And just, let's get it. Oh, I clay. Oh, I redescript. Untertitelung. BR 2018